Willkommen zurück zu Day Forest. Mann, wir sind einfach so OP mit der Flare Gun. Ich glaube, wir werden eh nie sterben. Das ist einfach schade. Ich meine, es ist ja gut und so, ne? Dass die Flare Gun hier ist, aber es ist ja doch irgendwie zu OP. Aber sterben will ich deswegen jetzt auch nicht. Ich meine, wenn man die Wahl hat zwischen sterben und dann irgendwie nur noch ein Leben und dann durch einen Bug sterben... Nee, nein, will ich nicht. Äh, wir hatten Kopf, ne? Ja. Okay, dann können wir das... Effigy oder Effetsch. Effetsch. Ja, genau, Effetsch. Nee, Effetschi wahrscheinlich. Oder Effetsch. Keine Ahnung. Sucht euch einen Namen aus, wie es heißen soll. Oder wie... Was würde es denn auf Deutsch heißen, frage ich mich auch. Alter, der Vogel gerade, ne? Vögel konnte man früher auch nicht killen, ne? Ähm. Ja, die Einwohner sind natürlich mit der Flare Gun wirklich gar keine Herausforderung. Das war ein bisschen doof, aber... Eigentlich will ich hier auch dann ein bisschen schön bauen. Oh, die ist schon grüßig. Oh, hallo. Ach, man kann... Oh, bist du knuffig. Wer ist knuffig? Wer ist knuffig? Du. Oh, die mag uns. Guck mal, sie geht sogar... Oh. 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 Was? Was? Nein. Ich bin ganz normal. Ich hab... Ich hab ein neues Fortbewegungsmittel. Kann ich mich auch draufsetzen? Ne. Aber ich hab ein neues Fortbewegungsmittel. Ähm. Wärts sind es zwei. Guck mal, das ist voll das coole Fortbewegungsmittel, das hier... Pass auf, irgendwann kommen die Eingeborenen auf Schülkröten dahergelaufen. So voll OP. Ja, ja. Ja doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Aber das kann man auch falsch verstehen, was die da mit mir gemacht haben. Das war... Das war nur Fortbewegung. Keine Sorge. Das ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Nur Fortbewegung. Müsst euch nicht... Ähm. Ihr wisst schon. Alles, ähm, sehr Natur mitgemäß. Natürlich reiht jeder Mensch auf Schülkröten. Ist doch klar. Was ist denn sonst? Hm. Hm. Pass auf, jetzt kommt gleich der Tierschutz in dem Spiel. Es sind dann so, äh, Ureinwohner hier. Die haben dann so ein WBF-Zeichen an sich. Und dann sind wir tot. Weil die sind dann richtig Kopie. Die kann man nicht besiegen dann. Seid ihr eigentlich für so Organisationen, äh, die dann irgendwie den Wald, äh, als Tropenwald retten oder so? Und dann denkt ihr, äh, das bringt eh nix. Ich weiß dann nicht so. Ich bin noch nicht so erfahren. Aber ich finde eigentlich, das wäre schon cool. Also so. Ich meine, dass da... Ich meine, wie groß wird abgeholzt? Wie viele Fußballfelder? Also... Sorry, aber... Ich würde ja gern kämpfen, aber der lässt mich die ja nicht auspacken. Ich hätte ja gerne jetzt irgendwie was genommen. Wie sieht denn der aus? Wow. Ach, jetzt sieht er normal aus. Vorhin sah der ein bisschen anders aus. Ja, die Flergang ist schon okay. Ich würde ja auch... Ich würde ja dann wenigstens gegen einen immer kämpfen. Aber es ist halt... Oh, jetzt wandern sie wieder zurück. Aber es ist halt einfach... Die sind so overpowered. Du kannst nicht gegen vier... Oder manchmal sind sie auch fünfer drücken. Du kannst es nicht mit denen aufnehmen alleine. Das kann man nicht. Und für was? Ach ja, jetzt ist es Sticks. Wenn die Bäume, glaube ich, zu klein sind, geben sie sogar Sticks, soweit ich das weiß. Der Baum hier sieht... Ne, da gibt es noch keine Sticks, glaube ich. Ne. Ich glaube, der... Ach doch. Ups. Da hat doch Sticks gegeben. Wusste ich ja nicht. Vier von vier. Okay. Da können wir jetzt das Effig... Dings da... Vertreibungsding da... Weg... Äh... Wegmachen. Mhm. Ach ja, wegmachen kann man anscheinend nicht, glaube ich. Was auch sehr toll ist. Die Funktion wäre auch noch cool dann. Wieder was wegreißen. Aber wenn man dann irgendwie wieder die Materialien rausbekäme oder so, wäre dann schon ganz cool. Ah, okay, das ist cool. Vor allem, das ist so im Stein drin gemeißelt. Okay, was haben wir denn noch alles? Wir haben eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten hier teilweise. Vor allem, gleich voll over power zu starten ist auch immer so ein bisschen... Wir können dann auch probieren, dass wir irgendwie auf... Andere Weißen töten. Mhm. Mhm. Okay. Uh. Hä, wo ist jetzt... Wo ist meine Steinax? Steinax? Meine Steinax ist weg. Toll. Hey, ich hab keine... Hä? Hä, wieso habe ich jetzt... So. Äh, wieso konnte ich gerade die Flärgarn... Jetzt geht's wieder, Freund. Habt ihr das gesehen? Ich konnte was nicht auswählen. Hä, was ist denn das da? Ach so, eine Flasche. Im Wasser. Mhm. Ich versuche die jetzt einfach ziemlich oft mit dem hier zu besiegen. Ich versuche mal die Flärgarn nicht immer zu benutzen. Ansonsten ist es ja langweilig. Okay, wir haben hier schon mal ein Heim. Traut es seinem Glück allein. Da, 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 da. Es ist halt leider schade, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat immer. Wir könnten mal so eine Falle machen. Sodass die irgendwie sterben. mit dem Fenster vor. Aha. Oder irgendwie in den Falle. Es gibt halt noch nicht so viele Möglichkeiten. Boot. Ein Boot? Nice. Einfach fünf Dünger, okay. Wir bauen mal ein Boot. Das kann jetzt was Lustiges werden. Aber wenn es geht, ne, Leute. Ach komm, steck den Kopf doch nicht in den Sand. Du kannst es schaffen. Ha, 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 ha. Oh Gott. Bin ich witzig. Ha, 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 ha. Steckt. Vor allem, ich hätte so viele, äh, Titel für die Folge. Ich könnte es so, ich hab so, also erstmal schon Krötenreiten irgendwie und, 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 und. Und dann noch irgendwie steckt den Sand nicht in den Kopf und so Zeug. Das wären perfekte Sachen für andere Folgen. Ach so, aus Gras kann man, ich meine, Gras sind ja fast Blätter. Wieso geht das nicht? Hallo? Ähm, okay. Dachte, ich hab was gehört. Hallo, nee. Paranoid. Ähm. Mann, ich bin voll overpowered irgendwie. Ich wusste, ich wusste nicht mal, ob da irgendwie wirklich da unten ist. Und dachte mir, ja, guckst du halt mal nach, bis es bestimmt nur ein Mythos ist. Huhu. Hey, Freunde. Wo rennt der hin? Hallo, ich bin da. Ja, die rennen da hoch. Toll. Ich will die anderen zwei killen. Rennt mir jetzt nach, oder? Die schleicht. Wo sind die anderen zwei? Hä, die sind da oben. Was wollen die denn da oben? Was machen die da oben? Die folgen mir. Ach ja. Ich will die jetzt abknallen. Hä? Was machen die da? Behen die? Was machen die da? Ah, cool. Das füllt sich nach. Okay, der nächste brennt. Mann, die sind auch voll OP, die Teile hier. Na, toll. Jetzt rennt die eine weg. Das ist doch viel zu overpowered. Aber cool. Dann muss ich die Fläger gar nicht benutzen. Fühl ich mich nicht so scheiße. Wo sind die denn jetzt girl hin? Was ist die hin? Fühl dich doch nur ab. Die sind genießbar. Ich will es mal kurz beenden. Ach, da kommt sie ja. Hallo Mädchen. Ähm. Komm doch. Warte mal mit, die Sache. Ups. Was? Nein, wieso brennt der jetzt? Idiot. Hallo. Wie geht's? Stirb. Nein, ich... Timer, ich kann jetzt nicht. Timer, ich kann jetzt nicht. Timer, ganz ruhig. Lebt sie noch? Ja, Timer jetzt. Tod? Oder... Alter! Leute! Ach, steck den Sand nicht in die Erde. Aha, Gott. Alter, die steht auf, ne? Erstmal der Schock des Lebens. Aber hier sind Bären. Alter. Bis nächstes Mal. Ciao. Alter.